Im Krieg gegen die Ukraine hat Russland nach Einschätzungen eines Militärexperten aus der Schweiz eine Schwächephase überwunden. Wir steuern auf eine Gemengelage zu, in der Kampfpanzer mit Blick auf die Verteidigung und Gegenoffensive eine wichtige Rolle spielen, sagte Niklas Masur, Forscher am Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich, der DPA. Seit dem Herbst habe Russland seine Position verbessert, etwa durch die Errichtung von Verteidigungslinien. Die Nachrüstung der ukrainischen Panzer sei erschwert, weil Russland viele Fabriken und Fertigungsstraßen etwa für Panzermunition zerstört habe. Die NATO-Staaten hätten ihre alten Reserven bereits zur Verfügung gestellt. Entsprechend rückten jetzt westliche Kampfpanzer wie der Leopard aus deutscher Produktion oder der Abrams aus den USA in den Fokus. Nach wochenlangem Hin und Her hat die Bundesregierung nach Angaben aus Koalitionskreisen von Dienstagabend die Lieferung von Leopard-Panzern bewilligt. Mit einem Minimum von 100 westlichen Panzern könne die Ukraine eine Panzerbrigade nach westlichem Modell ausrüsten, sagte Masur. Kampfpanzer sind aber keine Wunderwaffen. Sie müssen im Verbund eingesetzt und repariert werden und mit Munition ausgestattet werden. Der Experte wies zudem auf einen logistischen Albtraum für die Ukraine hin, falls die Lieferungen nicht gut abgestimmt würden. Selbst verschiedene Versionen des gleichen Typs bedeuteten zusätzliche Herausforderungen. Wenn die Ukraine auch längerfristig befähigt werden soll, sich zu verteidigen, ist es wichtig, dass das Logistiksystem nicht übermäßig kompliziert ist, sagte Masur. Für die Ukraine wäre es wohl insbesondere hilfreich, wenn Komponenten westlicher Panzer jenseits der Grenzen teils gewartet und repariert würden, wie dies bei Artilleriegeschützen bereits geschehen. Zum Kriegsverlauf sagte der Militärexperte, die Ukraine hat ihre bisherige Gegenoffensive in russischen Schwächephasen durchgeführt, insbesondere im Herbst. Seitdem hat Russland sich aber konsolidiert und auf Kommandoebene eine stetere Hand. Die Ukraine könne sich auch nicht darauf verlassen, dass sich russische Unzulänglichkeiten aus dem ersten Jahr notwendigerweise wiederholen werden. Der Krieg dauert bereits seit Februar vergangenen Jahres.